Jo Leute was geht ab? Heute bin ich mit einem neuen Video hier. Wir spielen Among Us in Roblox. Weil ihr kennt mich, ich habe eigentlich eine Among Us Aufnahme gemacht am Handy mit dem richtigen Among Us. Aber das hat irgendwie komplett rumgepackt und darum kann ich das jetzt nicht machen. Ja, das war schon die ganze Geschichte. Eindämmungshalden heißt das dann? In echt Containment Halls? Wehe, du killst mich. Ah, dort hinten. Habe ich die Task auch? Shit, ja. Wehe, der killt mich jetzt. Ach komm, ey, bei 99 Prozent. Noch zwei Imposter, immer noch. Ach, der rote ist es, das predicte ich. Der rote ist Imposter. Komm, tu es. Der ist doch jetzt safe in den Wind. Niemandem kann man vertrauen. Tote Leiche entdeckt. Nee, weißt du, eine lebendige Leiche. Rap. Ich hab's gesagt. Biomax, wer? Biomax. Was ist das für ein Name? Biomax. Kristalltundra, die Map ist cool. So, darf ich jetzt vielleicht mal eine coole Farbe haben? Danke. Oh nee, die ist nicht cool. Mann, ich konnte die Farbe nicht nehmen. Mann, ich bin schon wieder innocent. Oh nee, ey, komm, könnt ihr mal irgendeine tolle Map nehmen und nicht immer diese Müll-Maps? Hallo, vergrößern. So, hier. Das muss hoch meine Maus legt. Das muss hoch. Das muss hoch. Und das muss hoch. Oh. Ich hasse diese Map. Bahnhofhallen. Kommt irgendjemand? Ich hoffe nicht. Mann! 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 Braun! Ernsthaft? Warum? Es ist safe, Braun. Wir sind einfach dumm. Mann! 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 Was ist hier überhaupt für ein Event? Ein Mask-Event. Gehücke. Canes Gehücke. Ujanka. Wintermütze. Ich will keine Wintermütze. Ich will... ins Geschäft. Haustiere. Den könnte ich mir auch leisten. Den nicht Piraten. Mann, schon wieder Innocent. Ich habe hier einen Task. Alles nach oben. Ist M die Map? Ja. Der ist Impostor. Safe. Achso, ich muss pressen. Zu 100%. Der ist Impostor. Ich kann niemandem vertrauen. Lass mich doch einfach bitte in Ruhe. Wer ist gerade gewendet? Shit. Nee, ich kann keine Emotes machen. Blau. Hm. Der ist nicht Impostor. Der ist dort reingerannt. Gerannt. Shit. Geh weg von mir. Nein, Mann. Wo habe ich denn meine Tasks, Mann? Oh Gott. Oh Gott. Geh weg, Blau. Geh weg. Er hat verkackt. Haha. Wehe, es kommt jemand. Dann raste ich aus. Ich sterbe auch so dumm, dass ich genau nichts sehe. Was macht Blau? Oh Gott. Ich habe Angst vor Blau. Wirklich. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Blue. Ja, finde ich auch. Niemand wurde abgewählt. Krawatte. ich halte mich fern von blau windows update wie viel mal soll ich denn windows noch updaten man ich muss vergrößern so hier rauf hier rauf hier rauf hier rauf kann man hier in die camps schauen ja kann man ich sehe keinen einzigen mensch ach das ist denn der wendt nicht die tür bitte lasst mich eine task machen das ist schon genug schwierig hier überall rum zu rennen ernsthaft ich weiß nicht ja war wohl pink ich wurde noch nie getötet schade ich will die mit kristall tundra schon wieder ich habe mir weh getan ach komm die map die map ist langweilig ja nein leute egal heute ist schwierig ich bin so das war ja anders komisch es ist grau es ist safe grau ich habe angst vor grau dein kein ich kann ich kann ich bin dass ich mich ich kann Cardswipe Och komm lass den doch Don't kill me